Okay, Leute. Willkommen zu einem neuen Part Skyrim. Das muss jetzt einfach mal sein. Ich will hier nur Schmiedenwengen hochbringen, laufe das Wengen umher. Was passiert? Mich greift ein Drache an. Immer dasselbe, ey. Immer wenn ich aufspiel mal hier und da was ganz kleines erledige über den Level. Drache, Drache, Drache. Während der Aufnahme? Nix. Also, irgendwas stimmt hier doch nicht, oder? Ach ja, ich hab eine neue Stufe. Weil wegen... Ach egal, weil wegen halt ist halt so. Ausdauer. Und wir gehen auf... Medikor. Ja. Arcanan Schmied, bitte. Danke sehr. So, Junge. Du... Du... ...kriegst jetzt mal... ...so richtig einen. Ernsthaft. Stirb, Junge. Ihr werdet nicht die Oberhand gewinnen. Komm runter hier, du Feigling. Fung, crem, 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 crem... FLEIGES HUHN! Ach, Schnauze, das schaffst du nicht. Das kann nur ich. Komm her, Junge! Was machst du da ganz hinten, ey? Ich bin hier! Hallo? 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 Ach! Hallölauch! Ich hoffe, du hast nichts dagegen, wenn ich dich ein bisschen abfackele. Oh, bleib hier, Junge! Du gehst mir auf den Zeiger! Oh! Das ist mir! Oh! Oh! Und er ist Crank nows, gib mir deinen Knochen, gib mir deinen Schuppen, gib mir dein Geld, gib mir deinen Pfeile. Eines Tages werde dir alles richtig machen. Jetzt müsst ihr aber erst einmal gehen. Klaus mit dem Training. Ich will endlich gegen etwas kämpfen. Hallo, hier ist eine doppelte Pfeilung. Ähm. Leute, habt ihr es noch nicht mitgekriegt? Ja, ist doch gut. Ja, ach nee, ey. Das ist unmöglich. Ihr, ihr habt seine Seele in euch aufgenommen. Wo warst du in den letzten, was weiß ich wie vielen Parts, Junge? Ich würde es kaum glauben, hätte ich es nicht mit eigenen Augen gesehen. Oh, ihr seid auch bescheuert wie sonst was. Und ich habe mir einen Mammutzahn gekauft. Hallo, Isolde, ich habe hier deinen Mammutzahn. Ich hoffe, ihr... Danke. Da dürfte die alte Katze große Augen machen. Vielleicht kann ich eines Tages selbst Karawanenführer werden. Wie versprochen werde ich euch etwas über das Falschen beibringen. Wir wollen ja nicht, dass ein windiger Händler euch zu einem schlechten Geschäft verleitet. Yay. Lebt wohl. So was passiert, wenn man einfach nur... Ähm... Zeug verkaufen will und alles. Ihr wollt euch wohl mit einer alten Frau unterhalten. Eure gute Tat des Tages tun. Bla, 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 Mr. Freeman. Nein. Wir haben ja jetzt erkannt. Schmied, das heißt. Ah ja, ich habe mir einen kaiserlichen Helm gemacht für sie, damit sie dann uns überhaupt... Ich brauche veredelten Mondsteinen. Hier brauche ich veredelten Mondsteinen. Du bist mir im Weg. So, ich kann mein Schwert besser machen. Oh, erlesen. Alter, wie der Schaden steigt. Guckt euch das an. Guckt euch das an. 24. 35. Her damit. Alter, das Ding macht dann Schaden. Schaden, äh... Schaden, äh... Au, mach ich jetzt Schaden mit meinem Schwert. Also, Arcana Schmied hat sich schon mal gelohnt. Jetzt noch sechs weitere Level-Ups, dann kann ich mir, ne? Drachen-Russi machen. Yay, eine Drachen-Russi. Auch wenn sie scheiße aussieht. Ähm... Was wollte ich jetzt veredelten? Erstmal will ich meine Drachen gedönslos werden. Hier, Drachenknochen und Drachenschuppen und Ebenerzbarn habe ich mir gekauft. Aber ich habe gehört, die kann man noch gebrauchen. Ähm, Goldbarren. Ähm, wo es veredelt... Wo sind meine fädelten Mondsteine? Das ist das Erd. Das war die Falkum. Ähm, ich bin mir ziemlich sicher. Ich habe hier irgendwo... Ach, das sind noch ein paar Stahlbarn. Sag ich doch. Die brauche ich denn, äh... Nehmen wir mal acht mit und gucken, wie weit wir kommen. Und was wir noch so brauchen. Das hier wird jetzt so ne... Spontane Füllfolge. Jupp, ne spontane Füllfolge. So. Elfenarmschienen. Herstellen. Elfenrüstung. Herstellen. Elfenschild. Herstellen. Erstellen. Hey, sonst noch irgendwas? Ich habe einen Bogen. Da verbrauche ich einen zwergischen Metall. Ihr seid jemand, der für Ergebnisse sorgt. Das gefällt mir. So, ein Eisen geht nichts mehr. Stahl geht auch nichts mehr. Ach, ein Leder. Thioleder Alligator. Und so. Stahl geht nichts. Kaiserlich. Dann machen wir doch mal ein Rössi. Einfach nur weil und so. Ich habe hier einige gute Stücke. Einfach nur zum Verkaufen. Okay, jetzt tun wir die Mondsteinbarn wieder weg. Wir haben kleine und die besten Waffenleistung. Wir holen uns die Bezahlbarn. Es ist schön, mit euch Geschäfte zu machen. Wir holen uns ein paar Lederstreifen, die wir noch haben in der Kiste. Ja. Schnauzer. Und guck mal, wie weit wir damit noch kommen. Jetzt auf den letzten Metern so. Wobei, was heißt letzten Metern? So, zweite Hälfte der 100 Schmiedenlevel. Ist dann doch schon einiges. Was haben wir es denn? Da haben wir einen Orihalkum. Wechselbär. Karabinen, Saphir. Amethyst. Goldwarten, Golderz, Kranadestein. Amethyst. So, was war das? Ein zwergischer Metallbarren war da drauf. Ähm... Ledor... Ledor-Streifen... Und ein zwergischer Metallbarren. Ich bin direkt hinter euch. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Dann mal los. Das kommt auch noch in die Kiste. Mal gucken, was haben wir denn jetzt? An Zwergen... äh, Drachen. Zehn Knochen, elf Schuppen. Na, das sieht doch schon mal nach was aus. Öffne dich, Tür. Ich habe meist mit schäbigen Dieben und betrunkenen Schlägern zu tun. Es ist schon lange her, dass wir mal gegen eine ganze... Ich sage nicht, dass ich der beste Schmied in Weißlauf bin. Diese Ehre gebührt Eol und Grau mir. So... Erste Lenn... Die Stahl ist legendär. Ich will nur eine faire Chance. Ähm... Bogen... Nose... Ich bin nicht gut genug. Ich gebe euch Deckung. Er ist der Vogt oben in der Drachenfest. Gib mir mal deine Rösie. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Oh, dann ist er hochwertig, hochwertig, hochwertig. Ah, deine Armschienen kann ich verbessern. Deinen Helm nehme ich dir weg, weil ich habe eine bessere für dich. Nämlich, nämlich hier den Kaiserlichen. Oh, ich weiß nicht. Steht dir doch auch schon... Na, mal los! Was brauch ich denn? Ah, ja, klar. Ein Corundum Barren. Bäääh... Das ist die Sache, wenn man nicht alles... ... in den Taschen hat. Man muss hin und her rennen. Oh, blick! Leg of Extremely Leggy Meine Güte, ey! Wird kein jetzt wieder ablegen... Die Metallbahn, die haben mir nämlich mal so GAR nichts gebracht! Ähm, und ich brauch ein Corundum-Bahn... Ach, da ist der Schiff! ...M-M-M-I-S-T ...M-M-I-S-T Ich hasse es, wenn ich aus Versehen anstatt auf E auf R komme... ...und dann alles nehme, ey! really need market Also, nochmal... ...Ablegen... ...Nehmen... Einen. Danke. Ihr seht langsam, wie mühselig das hier ist. Oh, das glänzt hier schon fast an Arbeit, ey. Und ein bisschen Spaß haben noch. Und? Das muss die Stimme sein. Ja, das ist die Stimme Gottes. Ich bin... Meine Werkbank. Ähm, herstellen... Ja. Schmiede-Koins verbessert auf 64. Bin immer noch da. Ja, schön für dich. Ich habe geschworen, eure Last zu tragen. Ja, du kriegst wieder deine... Schönen... Handschuhe und der Slack mit 7 Frames. Na, wo haben wir denn? Da. Ihr geht vor. Ich folge. Okay, dann sage ich auch mal... Das war's hier mit dem... Spontan-Part. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye-bye. Ch salts. Bye-bye.